Herzlich Willkommen zu Ich Hacke Einen Baum. Ansonsten muss ich nur mal nachts die Leute rufen. Und hoffen, dass dann jemand kommt und hier explodiert. Es kann doch ne Zeit. Es kommt. Damit Erde. Boah, das ist ja. Ja, ich spiel da mal Minecraft und ja. Das ist ja alles. Warte mal. Einfach. So. So kommen hier wieder die Dinger. Oder? In der Hoffnung, dass irgendjemand in der Nähe von einem Baum explodiert. Hier wird er nicht wissen, wie es anders ist. Ja, ist ja gut. Kann ich auch Wasser? Ja. Ihr schaut gefährlich aus. So bricht nämlich mit. So. So. Ja, muss man gerade was trinken. Es will einfach nicht. Ich kann doch hier echt nicht rumstehen und sagen, woher? Warte mal. Dann warst du doch mal ein Baum. Du könntest doch... Biete? 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 Kann ich irgendwas mit Sonnenblumen machen? Das heilige Sonnenblumen spielt der Minecraftianer. Biete? Was ist das denn hier? Biete? Oh shit. Scheiße. Komme ich wieder hoch? Egal. ich habe samen ich komme so nicht an habe ich gerade eine spinne getötet wirklich ich das ist ja interessant Au. Hä? Ah! Oh. Ah! 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 Ich starke mich gar nicht mal so schlecht. Geh mal weiter rein. Äh... Wuppa. Ähm. Hä? War da was? Was war das denn? Das denn? Was bist du denn? Bist du... Was bist du? Was bist du? Was ist das denn? Das sieht nach Feuer aus hier. Nach Lava. Und ich glaube, da will ich nicht rein. Das sieht nach... Alles nach Lava aus. Was ist das denn hier? Mit meinem Samen komme ich nicht weit. Ähm... Ja? 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 Ähm... Oh, da lang? Wie komme ich hier wieder raus? Irgendwie hier nicht. Ähm... Jetzt sag mal. Der Zapperlatt, der kippt mir aber hier den Ausgang. Warte mal. Komm mal hier. Oh! Aua. Aua! 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 Oh nein! Ich glaube, ich muss mich löschen. Aber wo denn? Oh, es ist gelöscht. Hä? Ach, jetzt juckt mein Bein. Alles ist so fein. Oh, da hätte ich mich löschen können können, glaube ich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme hier nicht mehr raus. Äh. Okay, Mohren, Sonnenblume, Faden, Spinnenauge. Na, lecker. Wie kriege ich mich hier wieder raus? Ey, äh, ich habe, glaube ich, gerade echt ein Problem. Ähm. Ähm. Äh. Schöpferlatt. Was willst du? Was willst du? Was? Müssen wir mir den Ausgang zeigen. Ich komme ja schon. Oh, komm. Was? Das ist kein Ausgang! Also, irgendwie... Ah! Hä? Wo bist du? Hä? Oh. Okay, du bist... Frenty? Freunde? Du bist einfach nur da, ne? Kann man dem Wasser entlang hochschwimmen? Oh. Oh. Ah. Ah. Oh Gott. Oh Gott. Hä? So. Hä? Das ist doch... Ich... Will ein Schwert! Hä? Woher bist du? Ah! Oh. Oh. Kannst... Kann ich mir... Warte mal. Wo? 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 Oh. Ich habe meinen Samen verstreut. Ähm. Kann ich das irgendwo... Wo war das nochmal? Taste! Nein! Äh. Nein! Mein Samen! Äh. Ich... Warte mal. Äh. 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 Nein. Was ist denn jetzt hier los? Nein. 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 Mein Samen! Hä? Hä? Ach je... Kann ich jetzt was tun? Äh? Äh. 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 Äh? Bochstein. Äh. Warum denn nicht? Wieso? Was habe ich dir nur getan? Bochstein. Äh. 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 Warte mal. Ich kann hier irgendwas machen. Irgendwas. Irgendwas. Warte. Okay. Da. 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 Ist nice. Ähm. Ja. Das habe ich... Ja. Nice. War ich hier schon? Ich komme hier gar nicht mehr raus. Wo kann ich lang? Ich glaube, ich bin einmal in den Kreis gelaufen. Mann. Okay, hatte... Ich glaube ganz fest daran, dass ich... jetzt gerade hier verrecken werde. Ich muss mir mal anders hinsetzen. So. Dabei habe ich so epische Kämpfe gemacht. Gegen Spinne und... Gegen... Ähm. So ein kleiner... Äh. Explodierende Kugel. Ja. Ähm. Und diesen... Und... 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 Flopper. Warte. Ne. Ich kann da nicht in die Ecke springen. Hilf mir. Doch, Alter. Bitte. Bitte. Das wird mein Tod sein. Ähm. Eskalation. Kämpfe mich hoch mit meinem Samen. Ich werde da verbrennen, wenn ich den Weg gehe. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Ich weiß gar nicht mal, wo ich herkomme. Warte mal. Nicht da. Nee. Scheiße. Ha ja. Scheiße. Scheiße. So siehst du voll frechlich aus. Bitte. Komm doch einfach mit. Ich muss irgendwie weiter nach oben. Wie komme ich... Oh, scheiße. Ich glaube... Ich... Dir ist schon klar, dass ich dich essen muss. Wenn ich hier nicht rauskomme. Ähm. Ja. Ich glaube, ich verhungere. Ja. Oh, fuck. War es mir das wert? Ah. Komm schon. Es schneit. Es schneit. Nein. Ich laufe heiß im Kreis. Das ist hier echt ein Irrgarten. Scheiße. Was? Ich weiß echt nicht, was ich tun soll. Das ist mein Ende. Aber... Weißt du? Ich kann immerhin jetzt mit den coolen Kindern mitreden. Ich habe Minecraft gespielt. Ob ich... Ob das gut war? Weiß ich nicht. Ob sich das gelohnt hat, das jetzt zu installieren? Weiß ich nicht. Ob sich das jetzt... lohnt anzuschauen? Nö. Weißt du was? Warte mal. Geronimo! Oh nein! Aua! 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 Au! Au! War ich hier oben schon? Warte mal, da ist... Warte mal, da ist... Da ist eine Treppe quasi. Die können das hier doch gar nicht bauen, dass man hier nicht mal rauskommt. Das ist doch jetzt hier. Hä? Aua! 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 mit Fleischkrollen. Scheiße! Das ist... Ja. Ich bin Wasser runtergegangen. Ich bin Wasser runtergegangen. Ich kämpfe mich jetzt mal hier durch. Wenn man irgendwo reinkommt, muss man auch wieder rauskommen. Nee, da komme ich nicht ran. So. Wir schaffen es! Du feuerst mich an. Ich danke dir. Ich habe einen Schierlieder. Okay. Ah, mein Nasio. Tut mir leid. Okay. Mein Leben fühlt sich gar nicht auf. Ja? Ah, mein Arm juckt! Was? Was? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn jetzt hier? Entschuldigung, ich fasse hier gleich aus. Nein, warte mal. Ist hier wieder die. Nein! Hä? Was kann doch hier nicht sein? Wieso? Ich komme hier gar nicht mehr raus. Ich habe kaum noch Essenbalken. Ich bin jetzt aber Richtung nach oben gegangen. So. Das muss ich irgendwie... Ha! Das ist so. Das ist so. Das ist so. Soll ich das tun? Warte mal. Ich glaube, hier komme ich... Ich habe auch kein Leben mehr hier gesehen. Warte mal. Was? Ich muss... Wie komme ich denn da hoch? Warte mal. Ähm, warte? Warte mal. Nein. Mein Samen. Warte. Ähm. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Ah. Warte. Geh weg. Oh. Oh, hier. Ähm. Hä? 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 Wo ging das? Ah, 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 ah. Ah! Scheiße. Ah. So. Erde. Wieso geht das nicht? Wie kann man... Ich... Achso, ich muss wahrscheinlich erst mal so einen Block herstellen. Das kenne ich nicht. Ich... Es ist doch... Es ist doch jetzt hier nicht... Es ist doch jetzt hier nicht... Es ist doch... Es ist doch... Es ist doch nicht wahr. Nee, guck mal hier. Was... Was passiert, wenn ich das mache? Guck mal. Guck mal. Was zauberst du aus dem? Aus dem. Warum nicht? Ich mag das Spiel nicht! Wo ist mein Samen? Hier. Ähm... Ich glaube... Ich glaube, es liegt eigentlich eher daran, dass ich dumm bin. Ich glaube wirklich, dass es da liegt. Und nicht daran, dass das Spiel scheiße ist. Wer? Nein. Es liegt immer an mir. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es leider. Und... Ähm... Es kann auch gut sein, dass... Ähm... Das... Das ist... Das ist was. Es geht so nicht weiter. Das kann nicht mehr. Es... Es geht nicht! Es geht nicht! Hier Klassrophobie! Mit meinem Samen! Mit meinem Samen! Äh, was? Warte mal. Alle? 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 Ich muss würdevoll... das tun... Mit meinem Samen! Es geht es! Das ist glaube, es ist...